wie man aus diesen Elendschicksalen von Menschen, die ja wirklich arme Schweine sind, noch besser deren Schicksal ausbeuten kann. Und zwar durch eine total progressive, hippie Kapitalisten Klasse. Und ich denke, im Prinzip muss man so sagen, Linksliberale sind ehrenlose Scheißwichser. Das muss man so sagen. So, Leute. Wir haben ja jetzt ein bisschen Ampelpolitik gesehen für ein, zwei Jahre. Und irgendwie habe ich jetzt gerade ein paar richtig krasse Statements gelesen, die jetzt durch die Regierung durchgezogen werden. Im Sinne von, ihr wisst schon, Ricarda Lang will schneller abschieben. Lindner sagt, Migration ist ein Risiko für Deutschland. und Olaf Scholz will im großen Stil abschieben. All diese Sachen, die irgendwie gar nicht dazu passen, zu diesem Selbstverständnis oder sage ich mal zum Tinder-Effekt einer linksprogressiven, was auch immer, wie sich die Ampel selbst bezeichnen würde, Regierung. Ist ja komplett lächerlich, weil das ist ja einfach nur ideale AfD-Politik, was jetzt sozusagen betrieben wird. Und ich will euch jetzt sozusagen in dem Video ein paar die beiden Beispiele geben, die ich jetzt beobachten konnte und ein bisschen darüber faseln und so. Und das Textpfeil ist jetzt halt jetzt auch ganz schön groß geworden, weil ich irgendwie voll im Rätschen-Modus war und richtig viel am Rätschen war über Linksliberale und so. Ja, und worum geht es jetzt? Naja, im Rahmen der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems werden die Haftbedingungen vereinfacht für Flüchtlinge zum Beispiel. Und was da im Prinzip passiert ist, der Flüchtlingsschutz, den wir als liberalen Wert irgendwann mal reingeschrieben haben, in unser Konstrukt der Verwaltung, der soll jetzt ausgehebelt werden. Einfach weil quasi für Flüchtlinge der Rechtsschutz vermindert wird. Und an den Außengrenzen soll es so sein, dass nun ganz offiziell vor der Feststellung des Asylbedarfs die Menschenwürde schon aberkannt wird und man quasi direkt in den Knast kommt. Und Menschen dürfen dann auch ganz offiziell, also so wie jetzt auch, aber dann offiziell die Scheiße behandelt werden. Und weil sonst war es so, es gab quasi keine illegale Migration und jetzt soll quasi das Wort oder mehr oder weniger das Konstrukt illegale Migration direkt einen offiziellen Narrativ bekommen. Dazu muss sozusagen aber damals musste der Antrag erst abgewiesen worden sein, damit man illegale Migration oder illegaler Migrant ist. Und ja, jetzt ist es so, es soll prinzipiell jeder, der reinkommt, erstmal prinzipiell illegaler Migrant sein, damit man ihn besser, wie soll ich sagen, damit man das Humankapital besser allokieren kann. und das offiziell ist es so, alle Politiker sind sich einig, also im Prinzip alle, außer vielleicht die Linkspartei, die Kommunen haben keine Kohle. Und die Kommunen haben keine Kohle, sie können die Integrationsleistung gar nicht bewerkstelligen, es gibt nicht genug von allem und so, ist ja klar. Das heißt, es wird natürlich eine künstliche Verknappung erzeugt. Woher kommt diese künstliche Verknappung? Ja, die Kohle, die im Staat drin ist, der Cashflow, den der Staat, den er eigentlich verwalten sollte, er hat ja nicht die Verfügungsmasse, die er eigentlich rein rechnerisch durchsteuern und was auch immer haben sollte, denn ihr wisst alle, der größte Schaden wird verursacht durch ja, die Reichen. Die Reichen mit ihrer Steuervermeidung und so und das volle Programm, ihr wisst das, ne? Der Cashflow wird also nicht korrekt gemanagt im Sinne der internen Geschichte, die sich der Staat erzählt, nämlich, dass er irgendwie jetzt hier das mit dem Cashflow ordentlich macht und Leute und Kohle verteilt und so, ne? Sondern, ist ja klar, der Cashflow richtet sich zauberhafterweise so aus, dass reiche Leute mehr darüber verfügen als arme. Und, ja, ich hab damals auch in meinem Video über den Cashflow und wie er umgeleitet wird und so, hab ich darüber schon ein Video gemacht, ne? Ich sag halt nur Steuerflucht. Und so oder so, Behörden stehen ja jetzt vor der Aufgabe, wir müssen jetzt im großen Stil abschieven. Olaf Scholz, der Papa, der hat's jetzt gesagt, wir haben das Cover vom, ich glaub, Spiegel oder so alle noch vor Augen und, ja, die Behörden Rivard hacken jetzt sozusagen richtig krass rein und ich hab gestern einen Artikel einen Artikel vom MDR gesehen, weil seine immer bessere Integration einer späteren Abschiebung, einer potenziellen späteren Abschiebung im Weg stehen könne, dürfe er nicht mehr arbeiten, verfügte die Behörde zum Ärger und Unverständnis seiner Firma und der Thüringer Migrationsbeauftragten. Das heißt, in Thüringen gibt's einen Syrer, der ist viel zu gut integriert, viel zu gut und der arbeitet und so. Das ist aber der Behörde ein Dorn im Augen, weil sie ja eigentlich so viel wie möglich grüne Zahlen im Sinne von mehr abschieben, das wurde jetzt von oben so befohlen, wir müssen die Symmetrik Rivard hacken, das heißt, da wird jetzt einem Menschen verboten, sich ausbeuten zu lassen vom Ausbeutersystem, weil er zu gut integriert ist. Sie wollen ihn ja eigentlich abschieben. Ich gebe euch den Artikel vom MDR auch unten in die Beschreibung, einen anderen Artikel, den habe ich gerade eben erst gesehen, das Streikrecht soll jetzt bitte eingeschränkt werden, weil die GDL macht zu viel Stress. Und immer im Hinterkopf haben, wir haben im Moment eine Bundesregierung, die sich selbst auf die Fahne schreibt, dass sie irgendwie links und progressiv ist. So, und nicht vergessen, das sogenannte Bürgergeld ist exakt das, was Hartz IV vorher war. Es ist einfach nur ein Marketing-Trick, Ole und Wolfgang haben dazu auch damals eine gute Folge Wohlstand für alle gemacht, wo sie das vorrechnen, dass sich nichts geändert hat durch das sogenannte Bürgergeld. Es ist ziemlich exakt ein Inflationsausgleich, aber sonst gar nichts. Und besonders witzig ist das ja, weil die SPD ja für, naja, für das, was wir Hartz IV nennen oder Bürgergeld schon immer verantwortlich war. Vor 20 Jahren haben sie diese Scheiße abgezogen, jetzt wiederholt sich die ganze Scheiße nochmal. und ein anderes Ding ist, ich hatte gelesen, das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das hängt jetzt zusammen mit dieser Reform, mit der europäischen Asyl, mit dem europäischen Asylsystem, soll den lang ersehnten Wunsch nach legalem Menschenhandel, will ich es mal nennen, Niedriglohnsektor, jetzt wirklich legalisieren. Und zwar, ihr könnt jetzt euch ja mal lesen, es gibt eine richtig geile Domäne, Domäne, die heißt makeitingermany.com und da wird dann so das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschrieben und die sogenannte Chancenkarte ist ein richtig toller Euphemismus dafür, dass es einfach so lautet, Fachkräfte, die von außen reinkommen, sollen einfach für im Prinzip 15.000 Euro weniger im Jahr branchenspezifisch arbeiten. Es soll einfach nur sein, lauten, Ausländer, die hier arbeiten wollen, müssen sich ausbeuten lassen. Besser, noch krasser ausbeuten lassen als die anderen Menschen, die sowieso schon ausgebeutet werden. Das ist einfach nur eine rassistische Arbeitspolitik. Und ja, Familiennachzug soll übrigens nur dann möglich sein oder möglich werden, wenn man ausreichend Kohle hat, um die Finanzierung der Familie zu gewährleisten. Das bedeutet insbesondere, dass die Familie keinen Anspruch auf Sozialleistungen hat und der, der typischerweise der Mann sozusagen, der das vorher macht, er darf keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen, sonst Knast. Das ist die Idee von unserer Bundesregierung. Und das ist besonders dumm, weil Knast ist das dümmste, was man machen kann. Knast ist ineffizient in dem Sinne, dass die Arbeitskraft im Knast natürlich ausgebeutet wird, wie in einem Arbeitslager auch, aber auf eine extrem ineffiziente Art und Weise. Denn da bestimmt ja nicht der Markt. Also das ist selbst für Leute, die irgendwie marktgläubig sind, total bescheuert. Knäste kosten unendlich viel Kohle und dann auch noch für Leute, die eigentlich nichts verbrochen haben. Es ist mehr oder weniger einfach nur eine Aushöhlung des Sozialstaates. Mehr ist es nicht. Und ja, da geht es offensichtlich nur darum, wie man aus diesen Elendschicksalen von Menschen, die ja wirklich arme Schweine sind, noch besser deren Schicksal ausbeuten kann. Und zwar durch eine total progressive, hippie, Kapitalisten-Klasse. Und ich denke, im Prinzip muss man so sagen, Linksliberale sind ehrenlose Scheißwichser. Das muss man so sagen. Und das meint insbesondere auch vor allem die Grünen, denke ich. Also SPD, klar, wissen wir, aber die Grünen auch. Die Grünen machen immer dieses mit dem Marketing. Und ich denke, Grünen Wähler sind halt, gehen diesen Marketing auf den Leim beziehungsweise wollen dieses Wohlfühlgefühl haben. Und ja, ich denke, dieses Video richtet sich vor allem auch an Leute, die Grüne wählen. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, wie viele von euch, die sich hier meine Videos angucken, sich dazu zählen würden oder so. Aber ihr kennt garantiert genug Leute. Ich meine, ich kenne auch genug Leute, die irgendwie die Grünen wählen und so. Und ja, ich denke, hallo ihr, die Grünen wählt. Ihr seid aus Marketing reingefallen. Die Grünen finden Ausbeutung genauso toll wie alle anderen auch und sie haben deswegen ist die Schlussfolgerung. Die Menschen haben nichts übrig für Menschenwürde. Allgemein kann man von niemandem, der irgendwie Kapitalismus macht, sagen, er hat was übrig für Menschenwürde. Kapitalinteressen sind einfach nicht kompatibel mit Menschenwürde. Und nicht vergessen, die SPD ist eine Arbeiterpartei. So, und Europas größter Niedriglohnsektor ist ja seit 20 Jahren der aus Deutschland. Und das ist ja eine Errungenschaft der SPD und unsere Vormachtstellung, die wir sozusagen wirtschaftlich haben, gründet natürlich auf dieser riesigen Ausbeutung, die wir in Deutschland haben. Das ist der einzige Grund, warum wir so toll sind. Nicht, weil wir so ein tolles Volk sind oder so ein Scheiß. So, und der einzige Unterschied zwischen dieser, jetzt sagen wir mal, SPD und Grünen Scheiße, der einzige Unterschied, meiner Meinung nach, ist das Marketing. Klar, die haben sozusagen kleine pissige Unterschiede, die einen wollen das mit den Windrädern machen und die anderen irgendwie nicht und so. Zumindest behaupten sie das. Keine Ahnung, sie behaupten das, aber das ist der einzige Unterschied, sagen wir mal, für mich zur Union. Das ist das Marketing, das ist der Unterschied. Und das ermöglicht erst diese ganze, wie soll ich sagen, würdelosen, die würdelosen Regierungsentscheidungen, die ehrenlosen Regierungsentscheidungen von so Leuten, die Politiker sind und von sich selber irgendwie die Geschichte erzählen, dass sie irgendwas mit linken und aufklärerischen Werten zu tun haben wollen, dass sie was mit Menschenwürde zu tun haben wollen, all das. Und ja, die mit dem rechten Marketing fallen ja eigentlich, wenn sie am Drücker sind, nur dadurch auf, dass sie noch korrupter sind. Sonst gibt es eigentlich keinen Unterschied im Sinne von, was jetzt hier mal mit der Rentiersklasse und dem Kapitalismus los ist. Klar, wenn man jetzt irgendwie die Grünen sponsoriert als RWE, dann ist man wahrscheinlich eher sozusagen, hat man mit denen Kooperationsverträge geschlossen, dass man dann halt irgendwie in Solarindustrie mehr geht oder so, aber ihr macht euch da nichts vor. Es dient alles der Kapitalakkumulation. Es ist nicht irgendwie so, dass das jetzt, dass hinter diesem Marketingversprechen noch Inhalte weiter stecken. Das ist es nicht. Das interessiert sie einfach nicht, diese Leute und die Interessen des deutschen Kapitals sind grundsätzlich die, die durch die Regierung von Deutschland ja verteidigt werden. Ich hatte jetzt gelesen, dass in Thüringen da hat ein CDUler gegen den AfDler bei der Landratswahl gewonnen und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat angeordnet, dass Flüchtlinge gemeinnützige Arbeit verrichten müssen, vier Stunden für 80 Cent Stundenlohn. Das bedeutet also, sie werden gezwungen dazu und das bedeutet, sie kriegen dann quasi 60 Euro Monatslohn dafür und das ist im Prinzip das Ergebnis, wenn alle immer nur nach unten treten und niemand nach oben tritt. Das ist das, was am Ende sozusagen, ja jetzt sozusagen realpolitisch aus solchen Lappenkindern und Elendsgestalten wie CDU-Politikern herauskommt. Sie müssen wegen der Wettbewerbslogik und der starken Konkurrenz nach rechts, also sich ja von der AfD sozusagen leiten lassen und machen dann im Prinzip auch nur AfD-Politik. Ich habe für diese 80 Cent Stunden pro Stunde auf jeden Fall euch den MDR-Link unten in die Videobeschreibung getan. Und übrigens, erinnert euch mal, in Berlin war sowas ähnliches, da gab es diese Abstimmung zu Deutsche Wohnen enteignen, was ein populistischer Titel ist, eigentlich ist es ja Deutsche Wohnen vor Gesellschaften und auch das, es war ja ein voller Erfolg im Sinne von, es haben alle sozusagen abgestimmt und alle haben sich dafür ausgesprochen und so, oder sagen wir mal so, die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen und ihr seht aber, dass das mit einer linken Regierung natürlich nicht funktioniert. Man würde ja meinen, okay, in Berlin gibt es eine linke Regierung, diese Abstimmung geht durch, jetzt passiert was, aber nein, Jahre danach, nicht mal wohnen darf entgegen der Kapitalinteressen stattfinden. So ist die Schlussfolgerung. So ist die Schlussfolgerung und ich habe ja auch deshalb sozusagen schon ein paar Mal erklärt, für mich ist diese Geschichte der repräsentativen Demokratie eine Illusion und ich halte Leute, die daran glauben, für naiv. Und ja, alle Linksliberalen da draußen sind demzufolge nützliche Idioten für die Rentiersklasse und viele von denen sind natürlich auch Teil der Rentiersklasse, ne, also zum Beispiel Wohnungseigentümer, die dann Wohnungen vermieten und so oder irgendwie Aktienportfolios besitzen und ihr wisst schon, ne, der bessere Teil, der, 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 der obere Teil der Einkommenspyramide, Leute, denen es einfach besser geht, ne, das sind die mit den zwei Teslas in der Garage und so und ja, ich denke, alle, die linksliberales Marketing produzieren sind ehrenlose, ja, ehrenlose Kackstifte eigentlich, ob, was weiß ich, also wenn jetzt zum Beispiel MyLab mit ihrem Gewäsch den Status Quo verteidigt, ne, und das hat sie ja jetzt lang und breit unter Beweis gestellt mit ihrem einen Video, ne, wo sie jetzt den Populismus aufgedeckt hat und so, übrigens, MyLab kriegt mehr als 200.000 Kohle, habe ich nochmal von Wolfgang erfahren, pro Jahr, ne, also sie ist auf jeden Fall gut betucht und ob jetzt sozusagen viele Menschen, die medienwirksam gegen Rechts protestieren, während die Regierung rechte Politik umsetzt, äh, ob denn diese, ich weiß nicht, ob denn dieser Widerspruch auffällt oder ob sie wirklich nur darauf bestehen, dass ganz zwingend das Marketing eingehalten werden soll, ne, wir dürfen schon ruhig rechte Politik machen und wir dürfen schon ruhig Menschenwürde ganz klein schreiben bei uns, wichtig ist nur, dass wir es nicht offiziell hinschreiben, so wie, äh, dann aus diesen Korrektivrecherchen herauskommt, dass die jetzt irgendwie da wirklich, äh, in ihren Fieberträumen, äh, Deportationsfantasien haben, die Rechten, das ist ja jetzt eigentlich überhaupt nicht überraschend und so, äh, aber ja, das ist sozusagen das Ding, ne, der, 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 der Mainstream, die Mainstream-Attention dreht sich nur um das Marketing, nicht um den Inhalt und, ähm, das kommt dabei für mich raus, ne, ich verstehe schon sozusagen die Symbolwirkung und so und ich verstehe schon den guten Willen der naiven Normies, die jetzt sozusagen auf die Straßen gehen und, und das machen und so und die AfD ablehnen und so aber das geht deutlich in die Richtung wie diese, ja, wie diese, wie diese Abgrenzungsfunktion gegenüber der AfD und den Schmuddelkindern nun mal funktioniert, ne, am Ende können sich so Leute wie Söder hinstellen oder auch Aiwanger, die ja selber extrem rechte Volllappen sind und sich medienwirksam von der AfD solange wie es opportun ist sich abgrenzen. Sobald, äh, sich die Mehrheiten verändern ist das überhaupt kein Problem mit den Zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil die ja alle gemeinsame Kapitalinteressen vertreten. Der einzige Unterschied ist das Marketing. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen, ne, und ja, ich hab das in meinem Video zu Antisemitismus, äh, lang und breit runtergetreten, ne, und, äh, ja, ich weiß auch nicht, also dieses sich gegen Rechtspositionieren während rechte Politik durchgesetzt wird, das ist halt einfach, ähm, das ist Tinder-Effekt, ne. Leute gehen auf den Tinder-Effekt steil, Linksliberale gehen auf den Tinder-Effekt steil, sie glauben Werbelügen und, äh, ja, sie glauben sozusagen die Werbelügen der herrschenden Verwaltung, die jetzt im Moment da ist und ich denke, das ist im Übrigen auch genau die, also das ist ein Riesenaspekt für die Unglaubwürdigkeit äh, der Mainstream-Linken Positionen, die es so gibt, ne, einfach nur, weil es so viele, äh, keine Ahnung, Wohlstandsverwahrloste, Scheiß-Linke, Wohlfühllinke gibt, die irgendwie diesen Status quo mit erheben, ne, weil sie einfach aufs Marketing steil gehen, sie finden das einfach gut, ne, und, äh, ja, das ist auch der Grund, wieso das Wahlvieh, äh, wieso das Wahlvieh nach Jahrzehnten von dieser schwachsinnigen Berieselung und Medien-Bullshit äh, für rechte Rattenfänger immer attraktiver wird, ne, erstens, denen geht's immer schlechter, ne, oder sagen wir mal so, insbesondere die, die gefühlte, die, die gefühlte Miserabilität, ne, die nimmt immer weiter zu, und, äh, ja, die selbsternannte Linke hat seit den 90ern eigentlich genug Zeit gehabt und auch genug Chancen im Mainstream, zum Beispiel mit Regierungsbeteiligung, etwas zu ändern, aber durch Zauberhand ist das nicht passiert, durch Zauberhand war es genau eher andersrum, die krassesten, äh, neoliberalen Reformen wurden ja, von Rot-Grün durchgesetzt und jetzt wiederholt sich die ganze Scheiße mit der Ampel, ne, und ich hab's auch schon mal gesagt in einem anderen Video, für mich ist die Ampel die perfekte Querfront, weil da ja noch die FDP mit drin ist und man sieht ja auch, dass das nicht funktioniert, ne, also die FDP sabotiert ja die ganze Zeit, äh, die Grünen und die, die SPD noch dabei, ne, und, äh, bereitet sozusagen schon Wahlkampf für in zwei Jahren vor und so und das ist, es ist alles lächerlich, aber ja, äh, übrigens, ihr lieben AfD-Wähler, falls ihr durch irgendeinen Zufall hier dieses Video seht und jetzt, äh, euch irgendwie bestätigt führt, weil der Boy hier in Schwarz-Weiß irgendwie, äh, die Ampel kritisiert oder so, macht euch bloß keine Hoffnung, rechte Parteien, so wie die Union oder die AfD, die handeln natürlich nie anders als im Sinne der Kapitalinteressen, ne, insbesondere verbessert sich für euch und für niemand anderen die Situation, ne, wenn man in der unteren Hälfte der Bevölkerung ist, wird man quasi nicht repräsentiert, repräsentiert durch die repräsentative Demokratie und, ähm, ja, Wähler von rechten Parteien werden nur auf ne, auf ne, äh, ja, auf ne offensichtlichere Art verarscht, ne, weil sozusagen im Wahlprogramm der AfD ja schon drinsteht, dass sie alles dafür tun werden, äh, um mächtigere, noch mächtiger zu machen und den Reichen noch mehr Kohle abzugeben, ne, das steht ja bei denen da drin und, äh, Wähler von rechten fallen einfach nur auf ne andere Form von Marketing rein, das sind dann sozusagen nicht die Gutmenschen, sondern das sind die, äh, die irgendwie das mit der Petromaskulinität geil finden, ne, die irgendwie diesen, äh, lächerlichen Versprechen von Fossil, äh, von der Fossil-Lobby irgendwie auf den, auf den, äh, ja, auf den Docht draufgehen und so und allgemein sozusagen rechte Ideologie reproduzieren mit ihrem dummen Gehabe, ne, ne, da dieses Marketing, das geht halt bei denen richtig geil rein und, äh, Bild-Zeitung und so, und das ist ja auch kein Wunder, wir haben ja jetzt im Prinzip seit 100 Jahren Edward Bernays, ne, und aus seiner Lehre haben wir natürlich noch nichts gelernt, außer das, was Goebbels schon geil fand, das haben wir jetzt reproduziert, ne, Kapitalinteressen in den USA finden es geil, die Bild-Zeitung reproduziert es hier, die Kapitalinteressen überall auf der ganzen Welt finden es geil und es funktioniert super und alles, was der Obrigkeit gefällt und möglichst dummlich verpackt wird, das ist dann halt sozusagen der normale Rechtspopulismus, wie man ihn gemeinhin nennt, ne, und, äh, der ist eben super genau, richtig schön mundgerecht für die selbsternannten, ähm, Rechte, für die rechten Parteien sozusagen, wird er einfach rübergereicht und dann weiter ans Wahlvieh weitergeholfen. Äh, ja, und, äh, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Achso, ich wollte noch über die Bezahlkarte reden, die kommt ja jetzt sozusagen, die wird jetzt rausgeholt, ne, über die Bezahlkarte wird ja quasi die neue Diskriminierung gegenüber den Ausländern, also, der neue Rassismus sozusagen, strukturell verfestigt und institutionalisiert durch unsere Verwaltung und, äh, ich denke, äh, viele haben es ja schon angesprochen, diese Vermutung, und so wird es wahrscheinlich auch kommen, irgendwann werden alle anderen, die von Armut betroffen sind, auch durch diese Bezahlkarten gegängelt und kaputt gemacht, ne, das wird dann einfach der Goldstandard, und, äh, wem dient das eigentlich? Naja, eigentlich dient es niemandem, das ist nur ein Artefakt der Verwaltung, die wir Staat nennen und der Staat weiß einfach nichts mit seiner, mit seiner Verantwortung umzugehen, insbesondere kann er seiner Verantwortung nicht nachkommen, weil, wie gesagt, seine Verantwortung im Tinder-Effekt, nämlich, wir kümmern uns hier um das Wohl der Bevölkerung und so, steht ja komplett, äh, konträr zu den Kapitalinteressen, weil die wollen ja maximale Ausbeutung, ne, ist ja klar. Und übrigens, äh, ich finde, äh, was den Rechten natürlich sozusagen völlig abgeht, ist der Feedback-Loop, den, äh, den sozusagen die rechte Ideologie, äh, natürlich in Gang setzt, insbesondere allen voran die Sache mit dem Wettbewerb und was aus dem Wettbewerb folgt, ne, ich denke, macht das Handeln, äh, im Kontext der Kapitalinteressen, also im Kontext des Wettbewerbs, ich hab's ja schon erklärt, wo der herkommt und so, äh, schlechte Menschen, sozusagen in Anführungsstrichen, erst möglich, ne? Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wegen, äh, des Machtkontextes, in den sich alle einbetten, also, sie müssen sich Machtstrukturen anbiedern, um zu überleben, das erzeugt erst schlechtes Handeln, in sozusagen, äh, insbesondere so was Einfaches wie Beschaffungskriminalität, aber auch alles andere, ne? Marketing-Gehabe, Leute, beste Nachbarn, beste Freunde, belügen einen wegen irgendwas, ja, vielleicht geht's um Kohle und so, ihr wisst Bescheid, das sind alles Sachen, die damit zu tun haben, dass wir unter Sachzwängen stehen, die, äh, künstlich aufrechterhalten werden, damit es Reichen noch besser geht, als vorher. Und, äh, alle möglichen unerwünschten Verhaltensweisen, sozusagen, in Anführungsstrichen, lassen sich im Prinzip auf Mangelerscheinungen im Menschen zurückführen, ne? Armut korreliert ja auch mit den ganzen anderen Sachen, die wir so kennen, ne? Depressionen und so, ihr wisst Bescheid. Aber, ja, ich weiß auch, dass Rechte natürlich das mit dem freien Willen hochhalten wollen, Das ist besonders wichtig für diese einfachen Menschen, die jetzt, äh, an rechten Populismus glauben wollen, einfach damit sie gute Gefühle haben, wenn sie nach unten treten, ne? Es muss sich ja gut anfühlen, nach unten zu treten und, äh, das ist ja auch das, was aus dem Buch von Robert Sapolsky rauskommt, ne? Wir kriegen einen richtigen Dopaminkick, wenn wir sehen, wie jemand bestraft wird, von dem wir, äh, der festen Überzeugung sind, dass er ein dummes Arschloch ist, ne? Und, ähm, das ist sozusagen in erster Ordnung richtig, es gibt aber eigentlich Terme höherer Ordnung, die besser reinkicken würden fürs Belohnungssystem, die, äh, erfordern aber sozusagen Konfrontation und ehrlich sein mit sich selbst und dem Täter und so und, äh, das weicht sozusagen dieses Narrativ des freien Willens auch auf, deswegen ist es schwierig und lässt sich schlecht vermarkten. Insbesondere von Rechten ist das natürlich überhaupt nicht gewollt, die brauchen ja den sogenannten libertären freien Willen für ihre ganze Scheißideologie und ihre Esoterik, ne? Und, naja, schlussendlich ist es nützlich, um sich im Stockholm-Syndrom, äh, sozusagen die Geschichte des eigenen Elends und der eigenen Ausbeutung schönzureden, ne? Das ist das, was Rechte machen und ich hab darüber ja auch in meinem Video zu den Bauernprotesten und dem, äh, der Ausbeutung der, der normalen Bauernschaft geredet, ne? Außerdem ist ja klar, dass in einem Wettbewerbssystem Armut aus der Ausbeutung folgt, ne? Es ist systembedingt, nicht gutgegeben, sondern es ist systembedingt, dass es Leute gibt, die arm dran sind, ne? Es ist also gewollt und es wird auch nicht irgendwie verhindert und es wird auch nicht daran gearbeitet, das zu verhindern, ne? Die Sozialmaßnahmen, die wir haben, die kommen ja ursprünglich vom Bismarck und der hat ja damals schon gesehen, scheiße, wir brauchen diese Sozialmaßnahmen, weil sonst springen uns hier sozusagen die Ausgebeuteten komplett, ähm, äh, aufs Dach. Wir müssen denen irgendwie was Kleines geben zum, äh, zum, so Beschäftigungstherapie-mäßig, damit sie nicht verrecken und nicht vor Elend sozusagen, äh, hier alles anzünden und deswegen haben wir diesen Scheiß, ne? Der wird jetzt aber sukzessive abgebaut, ne? Zum Beispiel über diese Sache mit der Bezahlkarte. Weil 100 pro, wie gesagt, geht das auch irgendwann auf alle anderen, die von Armut betroffen sind, rüber, aber im Moment geht es erstmal darum, eine richtig schöne Zweiklassen, äh, Unterschicht zu haben, ne? Also, Ausländer und Leute mit einem Pass sollen auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgebeutet werden, ne? Einfach nur, ja, äh, weil das geil ist fürs Kapital. Niemand hat was davon, außer die oberen 1%, merkt euch das. Ja, und, äh, was mit so einem Rassismus natürlich auch einhergeht, ist, mehr, also, ich nehme an, in Zukunft, dadurch, dass die Ausbeutung jetzt steigen wird, wird sozusagen, der Frust und die, äh, das Aufreiben in diesen unteren Schichten viel größer, ne? Die sozialen Spannungen werden größer, Solidarität wird immer kleiner, das heißt, wir brauchen mehr und mehr richtig tolle Law- und Order-Politik, also, alles, was wir in den letzten, sagen wir mal, seit den 90ern versucht haben abzubauen, wird jetzt wieder nachgebaut, ne? Alles verschiebt sich nach rechts, überall werden so eine Lappen wie die AfD jetzt auch in die Parlamente gewählt und so, das heißt, auch hier in Deutschland wird sich das, äh, einfach in Zukunft immer weiter verstärken. Die armen Schweine, die hier ankommen, werden, äh, mehr oder weniger in Zwangsarbeit verdonnert, ne? Das ist ja jetzt das, was eigentlich passieren soll, ne? Sie sollen weniger Geld bekommen, am besten Fachkräftearbeit ausführen und sich bloß nicht beschweren, weil sonst kommen sie in den Knast, ne? Das ist im Prinzip das, was jetzt quasi die Ampel beschließt. Und ja, die, die schon immer hier waren, die werden, äh, sozusagen ihrer demokratischen Streikrechte, ähm, jetzt, äh, wahrscheinlich dann auch entledigt, ne? Also, das ist das, was, äh, aus dem Tagesschau-Artikel jetzt rauskommt, weil die GDL einfach zu stressig ist und, äh, das ist wirklich ein riesen, also, an diesem Symptom mit dem Bahnstreik sieht man auch, äh, wie es abgeht, ne? Und was jetzt sozusagen, wie schlecht die lokal zentrierte, äh, Verwaltung überhaupt klarkommt, ne? Es gab ja mal diesen Plan irgendwie, wie hieß das denn? Ähm, wie hieß das denn, dieses, von wegen, äh, der, äh, der, äh, der Netzausbau in Deutschland, ne? Und der wurde ja jetzt auf 2070 vertagt oder so, ne? 2070. Das ist lächerlich, ne? Die Bahn ist Lust, komplett Lust und, äh, ja, das, äh, da zeigt sich sozusagen, wie, ähm, da zeigt sich einfach nur, dass Hierarchie-Kritik Teil 0, absolut zutrifft. Ähm, ja, und, ich denke Menschen, äh, 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 die darauf hinweisen, dass sozusagen, dass das ein Problem ist, dass die Regierung zum Beispiel der Anweisung der Verfassungsgerichte eigentlich nachkommen sollten, die werden dann in Zukunft noch einfacher inhaftiert, ne? So wie es sozusagen mit irgendwelchen, äh, wie soll ich sagen, äh, Klima, äh, Demo-Menschen, äh, äh, in Bayern schon gang und gäbe ist. Ja, und, äh, und, äh, irgendwelche Rentner, äh, von der RAF werden dann begleitet von Medienkampagnen durch Berlin durchgejagt, während, was weiß ich, rechter Terror immer stärker weiter institutionalisiert wird, ne? Also, und auch legalisiert wird durch jetzt zum Beispiel diese, äh, Law-and-Order-Politik, die garantiert dann Einzug, äh, erhalten wird, ne? Und wir wissen ja schon sozusagen, es bahnt sich ja schon an, dass die nächste Bundesregierung noch rechter wird, ähm, das heißt, es ist wie immer, die sogenannten Linken, äh, im Mainstream bereiten das einfach nur vor, ne? Da, die, die Union nimmt es dankend an, ist ja gar kein Problem, alles spitzt sich weiter zu, mehr und mehr Menschen werden weiter und weiter enttäuscht vom System, ne? Und dann gibt es diesen breiten Enttäuschungsmoment, von dem ich damals schon geredet habe, warum ich auch sage, der Faschismus ist erstmal alternativlos, dieser Enttäuschungsmoment, der wächst immer weiter, ne? Und weil die selbsternannten Mainstream-Linken jetzt irgendwelche Lappen sind, weil einfach, weil diese, weil sie diese Dinge dank ihrer Abhängigkeit von Kapitalinteressen ebenfalls nicht ansprechen können, ne? Das können sie ja niemals ansprechen. Die sitzen in Talkshows und müssen sich immer hin und her winden. Wenn irgendein AfD-Volllappen sie auf irgendeinem Missstand anspricht, können sie nicht antworten, ne? Und das, das entzieht natürlich jedem komplett die Glaubwürdigkeit. Kevin Kühner zum Beispiel kann man nicht glauben, weil das einfach Bullshit ist, ne? Und die haben keine, ähm, die, also, das ist lächerlich, ne? Es ist einfach lächerlich und der, der Diskurs ist sozusagen komplett vorherbestimmt und die Entwicklung eigentlich auch, ähm, und keine Ahnung. Da ist keine Hoffnung in Sicht, ne? Äh, die menschlichen Katastrophen, die in Zukunft mit der kapitalistischen, sozusagen, oder mit der kapitalistisch nutzlosen Biomasse veranstaltet werden, zum Beispiel das an den Außengrenzen, die werden immer weiter zunehmen, ne? Es werden richtig dolle, ähm, ja, Generationentraumata weiter entstehen und immer noch mehr, ne? Und es wird auch wieder zu so einem epigenetischen Trauma, äh, wie mit dem Holocaust zurückgehen, ne? Also, die Generationen, die jetzt sozusagen sich daran gewöhnen, dass wir Menschen an den, äh, äh, Außengrenzen sterben lassen, aktiv, oder umbringen, einfach abknallen und so, ne? Oder Arbeitslager einrichten für die und so weiter und so fort, ne? All das, was sozusagen jetzt schon an den Außengrenzen passiert, das ist ja dann institutionalisiert und in ein paar Jahrzehnten hat sich das einfach so etabliert, dass wir so mit Menschen umgehen. Diese ganze Geschichte von wegen Menschenrechte und so, hab ich ja schon tausendmal erklärt, muss eh umbenannt werden in Privileg, aber diese Geschichte, ne? Die wird jetzt noch immer noch weitererzählt, immer noch weitererzählt und immer noch weitererzählt, dabei weiß jeder in der EU, dass es Schwachsinn ist. Alle, äh, alle gehen weiter nach rechts. Und, äh, ja. All das wird mehr und mehr über den Charakter der, äh, Kapitalakkumulation sozusagen weitergereicht und es wird, äh, über mehr und mehr Menschen, äh, sozusagen, ähm, hin rüberrollen, ne? Auch Leute, die jetzt sozusagen, denen es jetzt noch gut geht, die werden irgendwann nutzlos für die Obrigkeit werden, Automatisierung nimmt immer weiter zu, Spichwort Bullshitjobs, sowas wie, keine Ahnung, äh, alles was mit Zetteln zu tun hat, ne? Anwälte und so, die werden alle wegrationalisiert. Alle Leute, denen es jetzt noch gut geht, äh, keine Ahnung, das ist Schwachsinn, ne? Ihr werdet sozusagen alle wegrationalisiert. Und, äh, ihr werdet eure jetzigen Privilegien und die ganze Situation euch dann auch irgendwann nicht mehr Schöne reden können, ne? Eure Täterschaft, die jetzt sozusagen in, in den Bullshitjobs, äh, quasi, noch, äh, quasi bestätigt wird, ne? Die wird irgendwann vergleichbar mit der Opferposition, in der ihr euch dann befinden werdet, ne? Weil, wenn ihr wegrationalisiert seid, dann seid ihr genauso angewiesen wie alle anderen, die von Armut betroffen sind, auch. Das Einzige, was, meiner Meinung nach, gegen Kapitalismus hilft, ist das mit der, mit der Solidarität, ne? Aber, die wurde ja in der westlichen Kultur im Prinzip an den Rand super weit abgegrenzt, ne? Und, äh, im Prinzip ausgewaschen. Nahezu ausgewaschen. Ne? Es ist sozusagen in einem öffentlichen Narrativ von Solidarität zu sprechen, da wird man ja schon belächelt, ne? Da wird man ja schon ausgelacht für, ne? Also, im Prinzip muss man sich vorstellen, wenn jetzt einen, 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 so, jemand, der irgendwie noch an Menschenwürde geglaubt hat, sagen wir mal 1960, CDU-Wähler war, der würde heutzutage als linker Kommunist verschrien werden oder so ähnlich, so stelle ich es mir vor, ne? Und, äh, ja, wir haben jetzt nur noch Marketing-Gewäsch übrig, ne? Wir haben linke Identitätspolitik, wir haben Political Correctness, das ist sozusagen das, was noch übrig bleibt aus diesem Marketing-Gewäsch, aber echte, sozusagen, Solidaritätsbekundung oder so, das existiert gar nicht im Mainstream, ne? Das ist alles Schwachsinn und, äh, es gibt auch keine Repräsentanz dafür, ne? Wie gesagt, die Grünen und die SPD sind ja eigentlich die, die im Mainstream behaupten von sich, sie sind das mit den, mit der Moral und dem Gutmenschentum und so, ne? Und, ja, keine Ahnung, falls sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, weil ihr zum Beispiel selbst die Grünen wählt oder so, seid ruhig offended, damit hab ich gar kein Problem, seid ruhig ein bisschen abgestoßen von dem Schwarz-Weiß-Wichser, der hier einfach so ganz gemütlich seinen Kaffee trinkt und meinetwegen de-abonniert hier auch den Kanal, weil, äh, ihr glaubt ja nicht wirklich, dass ihr mit ein paar Klicks im Internet irgendwas ändert, ne? Insbesondere, äh, ist dieser Kanal ja hier überhaupt nicht auf Profite aus, deswegen hier fuck it und irgendwann könnt ihr ja vielleicht trotzdem wieder zurückkommen, wenn euch einfällt, ach, fuck, der Boy hat ja doch recht, ne? Spätestens, wenn ihr bemerkt, dass ihr sozusagen auf oberflächliche Lügenmärchen von irgendwelchem Marketing-Scheiß reingefallen seid, ne? Ich mein, jetzt ist es so, ich seh's so, die Grünen Wähler zum Beispiel, die wollen einfach den Ablass handeln, ne? Die wollen sozusagen die Konsequenz vom Kapitalismus noch nicht zu Ende gedacht haben, ähm, sondern sie wollen halt im Prinzip Kapitalismus powered by Solar Panels oder so, mehr wollen die aber nicht, ne? Aber schaut euch ruhig mal mein Video zum Problem der toxischen Hoffnung an, bevor ihr glaubt, dass der Öko-Kollaps irgendwie mit Solar Panels besiegt werden kann. Und, äh, der Wohlstandskollaps, der kommt sowieso. Eure Privilegien werden genauso schwinden wie die der meisten, denn wir befinden uns in einem globalen Pyramidensystem, ne? Und die Spitze sozusagen der Pyramide wird immer breiter, das heißt, es werden immer weniger da oben in den oberen 1% oder, naja, in der oberen 10er Potenz, 10 hoch minus 5 oder so, Platz haben, ist ja klar, ne? Und, ja, das ist im Prinzip das. Reiche bunkern sich ein, ihr werdet irgendwann nicht mehr reich genug sein, ihr werdet auf andere Menschen angewiesen sein, ihr werdet Solidarität brauchen und ihr werdet vor allem kein Klatschen vom Balkon bekommen und auch davon nicht leben können, ne? Ihr werdet auch Gemeinschaft brauchen. Und, ja, klar, im Moment kann man sich das vielleicht schlecht vorstellen, weil man sich noch die vier Wände leisten kann und irgendwie es sich leisten kann, durch Gentrifizierung sich noch von den Armutsbetroffenen abzugrenzen, aber, ja, wenn die Infrastrukturen immer weiter zusammenbrechen und immer weiter wegrationalisiert werden, ja, ich weiß auch nicht, also, das ist eigentlich eine klare Entwicklung, ne? Die sich da abspielt. Ansonsten, kein Problem, fickt euch erstmal ins Knie, kommt aber wieder, meinetwegen, wenn ihr den verfickten Stiefel aus eurer komischen Konsumentenfresse rausgekriegt habt, ne? Ansonsten, erstmal reingehauen YouTube. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.